In diesem Kapitel möchte ich Ihnen eines der spektakulärsten Features von der Blender-Version 2.6.1 vorstellen, nämlich das sogenannte Kameratracking. Beim Kameratracking geht es darum, aus einem Realfilm die Bewegung der Kamera zu extrahieren, daraus dann eine virtuelle 3D-Kamera zu errechnen und dann mit Hilfe dieser 3D-Kamera in diesen Realfilm dann 3D-Objekte reinmontieren zu können. Und dieses Kameratracking, das ist im Grunde eine Wissenschaft für sich. Es gibt ganze Softwarezweige, die sich nur mit dieser Erstellung von Kameratracking befassen. Also zum Beispiel ganz bekannte Tracking-Programme sind SynthEyes, PF Matchit, PF Track, Boozhoo und dergleichen mehr. Und manche dieser Tracking-Programme sind extrem teuer, also das kann bis in die tausende hineingehen. Und da ist natürlich ganz toll, dass wir jetzt in Blender in der neuen Version dieses Kameratracking-Modul integriert haben. Und das Schöne im Falle von Blender ist ja, dass wir diesen Kameratracker direkt in ein 3D-Programm integriert haben und noch dazu über diesen Compositor verfügen, sodass wir hier eine komplette Visual Effects-Pipeline direkt im Blender haben. Denn normalerweise müsste man ja aus einem Kameratracker erstmal die Kameradaten exportieren, dann in einem anderen Programm wieder importieren, dann das Ganze rendern, wiederum exportieren und dann in einem Compositor das Ganze dann rendern. Und da sind wir bei Blender natürlich in einer sehr komfortablen Situation, denn da wir alles integriert haben, können wir uns diesen Import- und Exportprozess sparen. Und wie das Ganze aussehen kann, das will ich Ihnen im Folgenden demonstrieren. Also wir haben hier eine Szene, einen Film, in der diese Frau hier läuft und die Kamera bewegt sich von links nach rechts. So und jetzt geht es darum, hier einen Roboter reinzubauen. Und das Ganze habe ich schon mal vorbereitet. Also das Ergebnis von dem Kameratracking sieht dann so aus. Also wir haben dann hier diese 3D-Szene und da die 3D-Kamera jetzt genau das Gleiche macht wie die echte Kamera, kann jetzt hier so ein Roboter in die Szene springen. So und das Ganze sieht dann so aus, dass man hier einen Haufen von Trackern hat, also von einzelnen Markierungspunkten. Und diese Markierungspunkte, die verfolgen dann bestimmte Features, also bestimmte Punkte von dem Film. Also wenn ich jetzt mal abspiele, dann sehen Sie, dass dieser Punkt jetzt hier dieses Viereck hier von dem Film verfolgt und zwar so lange, bis hier dieser Laternenpfahl ins Blickfeld kommt und damit diesen Tracker verdeckt. Schauen wir uns mal den an. Also auch der verfolgt hier dieses Feature, also diese Form. Sehen Sie hier oben diese Vorschau. Und sobald dieser Tracker das Bild verlässt, hört er auf zu tracken und damit ist er dann weg. Und aus diesen ganzen Trackern, beziehungsweise Markern sollte man korrekterweise sagen, kann Blender dann eine Kamerabewegung errechnen und zwar daraus, wie diese Tracker sich zueinander bewegen. Und ich schalte jetzt mal die Footage aus mit M und wenn ich das jetzt mal abspiele, dann sehen Sie zwar nicht mehr den Film, aber allein dadurch, wie sich hier diese Markierungen im Raum bewegen, kann man eigentlich schon fast erahnen, um was sich hier handelt. Also an diesen drei Markierungen sieht man, wie sich hier etwas im Vordergrund bewegt. Und diese Bewegungen, die kann eben auch Blender analysieren und kann daraus dann eine 3D-Kamera errechnen. Und diese 3D-Kamera, die haben wir hier oben. Also wir haben hier diese Szene mit ein paar Lampen und hier ist diese Kamera. Und diese Kamera, die bewegt sich auf einem bestimmten Pfad, nämlich von hier nach da. Und das ist der gleiche Pfad, auf der sich auch der Kameramann von unserer Szene bewegt hat. Und wenn man dann durch diese Kamera durchschaut, dann sieht man genau das gleiche, was die echte Kamera auch gesehen hat. Und daher ist es hier jetzt ein leichtes, so einen Roboter zu integrieren. Und das Ganze wird dann gerendert mit verschiedenen Renderebenen. Und auch das zeige ich Ihnen mal kurz. Das sieht dann so aus. Also man hat hier die Footage. Dann hat man eine Renderebene für den Schatten. Dann eine Renderebene für den Roboter. Dann noch eine Renderebene für einen virtuellen Darsteller. Das Ganze wird dann zusammengebracht mit diesen Alpha-Overnotes. Dann noch etwas Farbkorrektur. Und am Ende kommt dann ein Ergebnis raus. Und das sieht dann zum Beispiel so aus, wo man hier also diese Szene hat mit dem Roboter, der Schatten wirft und dadurch hier jetzt mehr oder weniger glaubwürdig in dieser Szene sitzt. Und nun diese Szene, die können Sie runterladen auf Blender.org. Und zwar, wenn Sie hier zu Download gehen, dann gibt es hier diesen Link zu den Blender 261-Demo-Files. Und hier gibt es also einmal Demo-Files zu Dynamic Painting, zu der neuen Render-Engine und zu anderen Features. Und eben auch hier zu Kamera-Tracking und der Ozean-Simulation. Und Sie haben gerade das Ergebnis von dieser Szene hier gesehen. Und für dieses Kapitel möchte ich aber die zweite Szene verwenden mit diesem Tisch. Denn die ist etwas leichter zu bearbeiten. Aber hier können Sie eben mit diesem Link diese Dateien runterladen und haben damit dann auch diese Footage, also das heißt diese Filme, mit diesem Hochhaus und diesem Tisch. So, ich habe jetzt also diesen Ordner mit den Demo-Files von der Blender-Seite runtergeladen. Und wenn man den mal entpackt, dann gibt es da drin noch drei Unterordner. Nämlich einmal der hier mit dieser Ozean-Simulation. Dann das, was wir gerade gesehen hatten mit diesem Roboter. Und dann noch den Table-Demo-File-Ordner. Und den möchte ich jetzt im Folgenden verwenden. Denn wenn man hier mal reingeht, dann gibt es hier diese Table-Sequence, also einfach eine Bildsequenz mit den Bildern von diesem Tisch. Und diese Bilder, diese Bildsequenz, die ergibt dann eine Kamerabewegung. So, und diese Bildsequenz, die möchte ich im Blender jetzt erstmal öffnen. Und zwar nicht irgendwo, sondern in dem dafür vorgesehenen Editor. Und das ist in dem Fall nicht der Video-Sequence-Editor, sondern ein neuer Editor, den gab es in vorherigen Versionen von Blender nicht. Das ist der Movie-Clip-Editor. Und wenn ich den öffne, dann ist hier erstmal nicht viel zu sehen. Aber ein ganz wichtiger Button ist natürlich dann hier der Open-Button. Also Open-Sequence-Or-Movie. Und da gehe ich jetzt mal zu diesem Ordner, also Table-Sequence, und wähle da das erste Bild aus. Also hier drückt man jetzt nicht A, hier wählt man das erste Bild aus dieser Sequenz aus, drückt auf Open-Clip, und Blender wird dann automatisch die ganze Sequenz öffnen. So, ich zoome jetzt hier mal etwas raus mit dem Mausrad und gehe auf Fullscreen, die Timeline brauchen wir jetzt gar nicht mehr, also umschalte Leertaste und drücke Alt-A, um das Ganze abzuspielen. Und hier ist jetzt also diese Sequenz mit dieser Bewegung um diesen Tisch herum. Hier wird angezeigt, wie viel von dieser Sequenz im Arbeitsspeicher liegt. Und in meinem Fall ist es jetzt eine durchgängige Linie. Und zwar deswegen, weil ich ganz am Anfang in den Benutzereinstellungen bei System eingestellt hatte, dass der Sequencer ein Memory-Cache-Limit hat von 1024. Und das bedeutet also, dass der Sequencer hier eine Gigabyte vom Arbeitsspeicher verwenden kann. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Sequencer, sondern auch auf den Movie-Clip-Editor. Normalerweise steht das auf 128. Und in dem Fall würde dann hier nur eine relativ kurze Linie entstehen und der Rest müsste dann immer von der Festplatte geladen werden. Also hier empfiehlt es sich immer, wenn Sie Kameratracking machen, das Cache-Limit so hoch zu stellen wie nur möglich. So, und jetzt haben wir also hier alles im Arbeitsspeicher. Und dieses grüne Viereck hier mit der Zahl drin, das kann man auch anfassen und bewegen. Also wenn ich hier mal mit der linken Maustaste draufklicke, dann kann ich hier jetzt auch vor- und zurückscrubben. So, die Sequenz geht jetzt hier nur bis 250. Und das liegt natürlich daran, dass mein Endframe auch bei 250 liegt. Und da das jetzt alles in meinem Arbeitsspeicher liegt, kann ich das jetzt relativ flüssig hier mit Alt-A abspielen. Wenn das von der Festplatte geladen werden müsste, dann würde dieses Abspielen natürlich viel länger dauern. Und auch im Falle von diesem Movie-Clip-Editor bietet es sich an, dass Sie eine Bildsequenz verwenden, statt einer Filmdatei, da es für Blender viel einfacher ist, alle diese Einzelbilder zu laden, als eine Filmdatei. Denn in der Regel sind ja Filmdateien irgendwie enkodiert. Das heißt, es muss dann erstmal dekodiert werden. Und dieser Prozess, der kann dann etwas länger dauern. Deswegen ist es auch hier immer praktisch, wenn man einen Film, bevor man ihn überhaupt verwendet, erstmal als Einzelbildsequenz umrechnet. Und da haben wir jetzt hier in diesem Ordner einen Haufen von JPEGs, also von JPG-Bilddateien. Dadurch haben wir eine relativ kleine Dateigröße, was natürlich sehr praktisch ist, aber auch einen Qualitätsverlust. Also wenn Sie eine Filmdatei umrechnen, um sie dann im Blender fürs Kameratracking und Compositing zu verwenden, dann sollten Sie dafür ein Format verwenden, was diese Dateien verlustfrei speichert. Und das ist entweder PNG oder, was auch sehr gut ist, TGA. TGA oder auch Targa-Bilddateien werden zwar relativ groß, sind dafür aber vom Blender ganz einfach zu verarbeiten. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, meistens meine Filme in TGAs umzurechnen, bevor ich überhaupt mit dem Kameratracking anfange. Das Interface von dem MovieClip-Editor folgt natürlich dem gleichen Prinzip wie die anderen Editors im Blender auch. Also wir haben hier unsere Menüleiste, wir haben das Tool-Shelf und das Properties-Panel. Dann gibt es hier noch ein Menü zum Wechseln von den verschiedenen Tracking-Modi. Also einmal gibt es Tracking, dann gibt es Reconstruction und Distortion. Distortion braucht man in der Regel selten, Reconstruction braucht man schon häufiger. Aber dazu kommen wir später noch. Erstmal geht es jetzt ums Tracking. Also um jetzt die Kamera tracken zu können, müssen Sie erstmal eine ganze Reihe von Markierungen hinzufügen, also von den Markern. Und diese Marker, die verfolgen dann ein bestimmtes Feature in diesem Bild und daraus kann dann eine 3D-Kamera errechnet werden. Und Sie brauchen mindestens 8 Marker und idealerweise zwischen 12, 20, vielleicht sogar 30 Marker pro Frame, um eine Kamera errechnen zu können. Nun brauchen Sie natürlich nicht für jeden Frame den Marker neu hinzufügen, sondern der Witz bei diesen Markern ist ja, dass Sie automatisch ein Feature in Ihrer Footage verfolgen können. Und das will ich jetzt mal durchspielen, deswegen drücke ich jetzt erstmal 1, um mein Bild in voller Größe sehen zu können. So, ich drücke jetzt Shift und Pfeil links, um wieder zu meinem Startframe zu kommen. Und kann jetzt hier in diesem Menü Marker auf den Button Add Marker in Move klicken. Und das mache ich jetzt und habe jetzt diesen Marker hier an meiner Maus kleben und kann den jetzt hier irgendwo in diesem Bild absetzen. Und zwar idealerweise würde ich den an einer Stelle absetzen, die sehr kontrastreich ist. Also da, wo jetzt der Marker im Moment ist, das ist sicherlich nicht so gut geeignet, denn wie Sie hier rechts in diesem Trackpanel sehen können, ist hier kaum Kontrast, sodass Blender jetzt nicht weiß, welchen Punkt oder welches Feature er in diesem Film jetzt nachverfolgen soll. So, deswegen setze ich den mal hier oben ab bei dieser Kante oder bei dieser Ecke und klicke jetzt mit der linken Maustaste, um den hier abzusetzen. Und damit sitzt der jetzt hier. Aber wenn ich Alt A drücke, dann passiert hier nicht viel. Also der bleibt hier einfach sitzen und bewegt sich nicht. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Dieser Marker, der soll ja dieses Feature, also diese Ecke mitverfolgen. Und deswegen kann ich jetzt statt auf Alt A, kann ich jetzt auf die Play-Taste hier oben drücken, hier in diesem Trackpanel und kann jetzt mit diesem Pfeil rechts das Tracking starten. Und zwar, wenn ich hier auf diesem Fall klicke, dann versucht Blender die gesamte Länge der Footage automatisch zu tracken. Wenn ich auf diesen Button klicke, dann geht das nur Frame für Frame. Und ich klicke jetzt mal auf diesen automatischen Track-Button und Sie sehen, wie jetzt hier dieser Marker sich mitbewegt, allerdings nur bis zu Frame 108. So, jetzt schauen wir uns das mal in langsam an. Also hier bewegt sich jetzt dieser Markierungspunkt mit dieser Ecke mit. und damit haben wir jetzt einen Track von Frame 1 bis Frame 108. Und wenn ich jetzt von Frame 108 ausgehend weiter tracken will, dann gehe ich jetzt zu Frame 108 und kann jetzt diesen Marker, der hier jetzt ausgestellt ist, also disabled, sieht man daran, dass hier kein Punkt in der Mitte ist und dass die Vorschau von diesem Tracking-Punkt hier rot ist. Den kann ich jetzt nehmen und natürlich nehmen, das ist immer mit Grab, also G, kann ich jetzt nehmen und wieder an die Stelle hinbewegen, wo er tracken soll. Also das ist diese Ecke hier. Ich setze den jetzt hier manuell ab und kann jetzt weiter tracken. Und jetzt trackt Blender diesen Frame auch bis ganz ans Ende und wenn ich jetzt hier mal durchscrubbe, dann sieht man, wie jetzt hier diese Ecke verfolgt wird. So, und wie funktioniert das Ganze? Nun, Blender hat hier zwei Bereiche. Also einmal den Bereich, den wir hier sehen, beziehungsweise dessen Vorschau, wie wir hier in diesem Track-Panel sehen, das ist der Bereich, den Blender versucht, in jedem Frame zu finden. Also wenn ich hier durch die Footage durchgehe, also Frame 2, 3, 4, 5, dann sucht Blender nach genau dieser Form, nach genau dieser Form von Pixeln, die wir hier sehen und versucht dann, diesen Marker da hinzusetzen und das eben für jeden Frame neu zu berechnen. Nun sucht Blender nicht im kompletten Bild, sondern nur in einer bestimmten Region um diesen Punkt herum und das ist die sogenannte Search Area. Und die können wir uns hier in den Display-Eigenschaften auch anzeigen, also ein Häkchen bei Search. Jetzt sehen wir hier noch dieses größere Viereck außenrum und das ist der Bereich, in dem Blender jetzt sucht. Und je größer dieser Bereich ist, desto langsamer geht das Tracking. Also wenn ich jetzt hier mal diesen Bereich ganz groß mache und auf Auto-Track klicke, dann sehen Sie, wie das jetzt hier relativ langsam geht. Also eben gerade war es ja sehr schnell, da ging es in einem Rutsch, aber hier ist es jetzt sehr langsam. Und das liegt eben an dieser großen Search Area, denn Blender muss jetzt diesen ganzen Bereich durchsuchen nach diesem einen Feature. Nun warum hört er jetzt auf bei Frame 108? Nun das liegt daran, dass hier bei Frame 108 dieses Feature offensichtlich irgendwie anders aussieht als bei den Frames vorher. Das heißt, Blender versucht also genau die gleiche Form, die er bei Frame 1 hatte. Also genau diese Form versucht Blender wiederzufinden. Und sobald das nicht der Fall ist, hört Blender auf zu tracken. Das kann man auch deutlich sehen, wenn wir ein Feature auswählen, was verschwindet. Und da schaue ich jetzt mal, ob wir hier eins haben. Also hier sehen wir diese Ecke, die verschwindet auch hinter diesem Henkel. Deswegen müsste theoretisch, wenn ich jetzt hier einen neuen Punkt setze und wir erreichen diesen Bereich, dann müsste theoretisch Blender aufhören zu tracken. Also deswegen gehe ich jetzt hier mal ein paar Frames nach vorne, zum Beispiel hier hin und setze hier einen neuen Marker. Und möchte diesen neuen Marker jetzt nicht mit diesem Button setzen, sondern mit dem Shortcut, der geht viel schneller, nämlich Steuerung, linke Maustaste. Und diesen Shortcut Steuerung plus einmal klicken mit der linken Maustaste, den haben wir schon kennengelernt beim automatischen Extrudieren von Punkten, Linien und Flächen. Kann man ja auch machen, mit Steuerung linker Maustaste wird die Auswahl extrudiert und genauso kann man jetzt hier auch mit Steuerung linker Maustaste einen neuen Marker setzen. So, in diesen neuen Marker, den möchte ich jetzt mal tracken. Also klicke ich hier drauf und tatsächlich, sobald diese schwarze Form in diesen Bereich reingeht, hört Blender auf zu tracken. So, mit Pfeil links, Pfeil rechts gehe ich jetzt mal frameweise nach vorne und wir sehen hier also auch schön in diesem Vorschaufenster, dass jetzt hier auf einmal dieser Tracker ausgeschaltet wird, denn an dieser Stelle haben wir hier auf einmal diese neue schwarze Form. Also der Keyframe in dem Fall, den sehen wir hier. Das ist dieser etwas dunkelgelbere Punkt. Also bei jedem Frame, wo ich den Marker manuell setze, setzt Blender automatisch einen Keyframe. Das muss man also nicht mehr manuell einstellen, das wird automatisch vorgenommen, so dass ich jetzt hier, wenn ich diesen Marker jetzt nehme und verschiebe, also mit G etwas verschiebe und jetzt hier absetze, dann haben wir automatisch einen Keyframe erzeugt. Und die Tracking-Einstellung im Moment ist, dass Blender nach diesen Keyframes sucht. Also in den vorangegangenen Frames, wenn ich jetzt hier weiter tracke, dann würde Blender jetzt nach genau diesem Feature suchen. Und wenn ich jetzt hier bei Frame 131 noch mit dem Marker neu setze und jetzt nochmal auf Track klicke, dann wird etwas getrackt, nämlich genau diese Form, wo hier rote Pixel sind und dann an der Seite sowas schwarzes. Und das führt in diesem Fall dazu, dass dieser Marker hier rutscht. Denn durch diese Kamerabewegung haben wir ja hier eine Überschneidung, sodass jetzt langsam sich diese schwarze Form vor diese Pixel drüber schiebt. Aber da wir ja hier schon genau diese Form haben, also diesen schwarzen Rand und diese Pixel hier kann jetzt dieser Tracker auch so verfolgt werden. Und das, was hier verfolgt wird, was getrackt wird, das ist eben hier eine Reihe von roten Pixeln und an der Seite hier so eine schwarze Form. Und deswegen rutscht jetzt dieser Marker hier nach links und wir können ihn im Grunde für das Tracking dann nicht mehr verwenden. Denn um jetzt hier eine Kamerabewegung ausrechnen zu können, müssen alle diese Marker, die wir hier setzen, die müssen an ihrer ursprünglichen Stelle auf dem Objekt bleiben. Das heißt, die dürfen nicht auf dem Tisch zum Beispiel herumrutschen. Sobald sie das tun, können wir den fürs Tracking nicht mehr verwenden. So, deswegen lösche ich jetzt diesen Marker mit X und versuche mir ein paar andere Punkte zu finden, die wir hier schön tracken können. Es ist dabei nicht beliebig, welche Punkte in ihrer Footage sie auswählen, um zu tracken, sondern es gibt dabei ganz bestimmte Richtlinien. Also zum einen natürlich, das haben wir schon gesehen, Sie sollten Punkte wählen, die einen möglichst starken Kontrast haben. dann aber auch Punkte, die idealerweise nicht hinter anderen Objekten verschwinden, so wie in diesem Fall zum Beispiel. Und dann sollten Sie aber auch versuchen, mit den Punkten den ganzen Raum zu erfassen. Also hier sehen wir zum Beispiel, wir haben hier viele Kontrastpunkte auf dem Tisch, also hier, hier und hier, aber es gibt auch durchaus kontrastreiche Punkte hier an den Ecken von dem Tisch, hier bei dem Stuhl, diese Ecke von dem Tisch, dann hier unten diese Ecke und hier oben dieser Stuhl auch und Sie sollten also versuchen, möglichst viel von dem Raum zu erfassen und zwar Vordergrund und Hintergrund, also vorne und hinten, links und rechts und oben und unten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel acht Punkte hier anordnen, also hier einer, hier, 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 dann werden Sie daraus keine Kamera errechnen können, denn Sie brauchen für die Errechnung der Kamera eine möglichst starke Perspektive und dann später auch eine möglichst starke perspektivische Verschiebung. Was das genau ist, dazu kommen wir später noch, aber erstmal sollten wir versuchen, mit unseren Tracking-Markern den ganzen Raum zu erfassen. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder zu Bild 1 und will jetzt also zum Beispiel diesen Punkt hier tracken, den hier, das hier unten, vielleicht den Fuß von dem Tisch, diese Ecke, den Stuhl, vielleicht hier auch diese Schraubverschlüsse und die Streichhölzer und vielleicht etwas an diesem Stuhl. Also, um möglichst hier oben und unten zu erfassen, links und rechts, vorne und hinten und so weiter. So, und ich fange jetzt mal mit diesem Punkt an, mit dieser Ecke, also Steuerung, linke Maustaste, setze diesen Marker hier ab und fange an zu tracken. Und auch dieser Marker geht nur bis zu einem bestimmten Frame, nämlich hier ist es offensichtlich so, dass wenn ich hier mal reinzoome, dass bei dem vorherigen Frame der Unterschied zu dem nächsten Frame in diesem Bereich zu groß ist. Also, warum auch immer, Blender hat hier irgendwie den Track verloren. So, deswegen nehme ich den jetzt mit G, bewege ihn wieder hier an diese Stelle und versuche jetzt von dieser Stelle aus weiter zu tracken. Und da wir jetzt hier diesen neuen Keyframe hatten, sehen Sie ja, ist etwas dunkelgelb, kann Blender jetzt hier von dieser Stelle aus weiter tracken. Man kann das allerdings auch ändern. Das heißt, wenn ich jetzt mal zum Beispiel die Streichhölzer auswähle, also Steuerung linke Maustaste und will jetzt nicht auf diese Keyframes angewiesen sein, sondern möchte, dass Blender bei jedem Frame einen neuen Keyframe setzt, dann kann ich jetzt diesen Tracker so einstellen, dass wirklich jeder Frame als Keyframe zählt. Und das kann man hier im Properties Panel in den Tracking Settings tun. Also, ich scrolle hier mal runter und Sie sehen jetzt hier dieses Panel Tracking Settings und hier gibt es jetzt eine Einstellung namens Match. Passenderweise auch hier bei unseren Matches, bei unseren Streichhölzern, also Match und hier ist eingestellt Keyframe. Das heißt, Blender sucht immer genau die Anordnung von Pixeln, die in dem Keyframe vorhanden war. Man kann das aber auch ändern von Keyframe auf Previous Frame, also in vorherigen Frame, so dass Blender jetzt immer sich an dem vorherigen Frame orientiert und nicht an dem Keyframe. Schauen wir mal, ob das funktioniert und in der Tat, Blender trackt jetzt hier die ganze Footage durch, allerdings vermute ich, dass es an dieser Stelle auch mit der anderen Einstellung funktioniert hätte. Wir können es ja mal ausprobieren. Also X, Delete Track, Shift Pfeil links, neuer Marker und jetzt mal tracken und Sie sehen hier bei Frame 241 scheinbar der Unterschied von diesem Frame zu dem vorherigen Frame zu groß war, als das Blender hier diesen Punkt tracken konnte. Beziehungsweise das, was wir hier sehen, ist ja deutlich unterschiedlich zu dem, was wir hier sehen. Also diese schwarze Form von dieser Öffnung, von dieser Streichholzschachtel, die sieht hier ganz anders aus als bei Frame 241. Insofern müssten wir hier jetzt einen neuen Keyframe setzen, also nochmal verschieben, absetzen und zu Ende tracken. Und in dem Fall ist tatsächlich jetzt diese Methode des Track Previous Frame praktischer und wenn Sie feststellen, dass Ihre Footage zum Beispiel unscharf ist oder starke Bewegungsunschärfe hat oder sehr wackelig ist, immer dann kann es eben einfacher sein, mit dieser Einstellung Previous Frame zu tracken als mit Keyframe. Und da man das ja nicht immer nachträglich für jeden Keyframe aufs Neue einstellen will, gibt es auch die sogenannten Tracking Presets. Und die finden Sie hier in den Tracking Settings und in diesen Trackings können Sie einstellen, welche Methode Blender verwenden soll, wenn Sie einen neuen Marker erstellen. So dass wenn ich jetzt hier die Einstellung Match umstelle auf Previous Frame, dann wird jeder neue Marker, den ich setze, genau diese Einstellung verwenden. Also hier sehen wir jetzt Match Previous Frame. Und immer wenn ich hier einen neuen Marker erzeuge, dann wird genau diese Einstellung verwendet. Wenn Sie die Einstellung für den jeweiligen Marker hier unten verstellen, dann wirkt sich das nicht auf dieses Preset aus. Das heißt hier, das bezieht sich immer nur auf den gerade aktiven ausgewählten Marker. Und diese Einstellung, die ist wirklich das Preset, die dann auch für alle neuen Markierungen verwendet wird. So, also ich habe das jetzt hier markiert mit Previous Frame und tracke das bis zum Ende durch. Und wunderbar, das hat funktioniert. So, jetzt gehe ich mal wieder etwas weiter raus, gehe wieder ans Anfang von meiner Footage und wähle mir einen neuen Marker. So, den an der Ecke haben wir ja schon. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier diese Ecke von dem Stuhl nehmen. Und damit ich jetzt, wenn ich das anfange zu tracken, damit ich mich auf diesen Marker konzentrieren kann und dabei nicht immer hier auf dieses kleine Fenster angewiesen bin, kann ich jetzt auch die Ansicht auf diesen Marker zentrieren. Und zwar gibt es dafür einen Shortcut, nämlich L oder ansonsten können Sie auch hier bei Display einstellen Lock to Selection. Also an die Auswahl binden und damit springt jetzt dieser Marker ins Zentrum meines Viewports und hier oben erscheint dieser Hinweis Locked. Und wenn ich jetzt anfange zu tracken mit dem Pfeil hier, dann sehen Sie, dieser Marker bleibt jetzt genau im Zentrum meiner Szene und nur die Footage, die bewegt sich jetzt so, dass genau dieser Marker hier eben im Zentrum bleiben kann. Und das ist eben sehr gut geeignet, wenn Sie genau sehen wollen, was ein Marker tut, ob ein Marker an der richtigen Stelle bleibt und ob das alles hinhaut. Und das gleiche mache ich jetzt hier drüben auch bei dieser Ecke und möchte jetzt diesen Marker hier hinsetzen, drücke also Steuerung, linke Maustaste und wie Sie sehen, habe ich diese Stelle nicht ganz getroffen. Und ich halte die Steuerungstaste und die linke Maustaste gerade noch gedrückt und solange ich das tue, ist dieser Marker hier noch nicht abgesetzt. Um ihn jetzt noch zu verschieben, halte ich die linke Maustaste gedrückt und lasse die Steuerungstaste los. Und wenn ich das tue, dann kann ich jetzt diesen Marker frei verschieben und sobald ich hier loslasse, würde dieser Marker jetzt hier abgesetzt werden. So und wenn Sie jetzt das Ganze noch mit einer Feineinstellung machen wollen, dann können Sie jetzt noch die Umschalttaste gedrückt halten für die Präzision. Also Umschalt und jetzt können Sie hier ganz fein diesen Marker hier auswählen und absetzen. So. Ich lasse die linke Maustaste los und damit sitzt jetzt dieser Marker hier. So um das Ganze nochmal etwas flotter zu erklären, also um jetzt hier einen Marker zu setzen und das Ganze schön ordentlich und präzise zu tun. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, klicken zum Beispiel hier unten hin, lassen jetzt Steuerung los, können jetzt den Marker hier verschieben und wenn Sie die Feineinstellung brauchen, dann jetzt nochmal schnell die Umschalttaste drücken. So jetzt kann ich das hier schön positionieren, absetzen, fertig. So. Und den möchte ich jetzt tracken. Der hört hier auf. Das macht aber nichts, denn hier verlässt dieses Feature, also diese Ecke von diesem Tischbein, verlässt er jetzt den Frame, deswegen brauche ich jetzt auch den Marker nicht neu zu setzen, denn der hört an der Stelle einfach auf. So, natürlich muss ich auch noch diesen Marker hier tracken, deswegen gehe ich wieder zu Frame 1 und drücke auf Track und das hat wunderbar funktioniert, also deswegen gehe ich jetzt wieder zurück und fahre fort, hier meine Szene so zu tracken. So, ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit noch ein paar weitere Marker hinzugefügt und getrackt und das können wir uns dann mal gerade anschauen. also A Alt A Das sind also diese Marker und die müssten im Grunde genug sein, um jetzt hieraus eine dreidimensionale Szene zu errechnen. Und im Grunde müssten das jetzt auch genug Marker sein, um daraus jetzt eine dreidimensionale Szene zu errechnen. Aber bevor wir das tun, möchte ich Ihnen noch eine andere Methode zeigen, wie Sie diese Marker erzeugen können und bevor ich das tue, möchte ich diese Marker erst mal abschließen oder locken, also to lock, nicht das deutsche locken, sondern das englische locken. Und zwar wähle ich jetzt mal unseren ersten Marker aus, den hier und Sie sehen jetzt hier oben in diesem Track-Menü, dass es hier dieses Symbol mit dem Schloss gibt und wenn ich hier draufklicke, dann verschwinden jetzt hier dieses Quadrat und das Dreieck hier unten und wenn dieser Marker nicht mehr ausgewählt ist, dann erscheint er jetzt grau. Also das ist die graue Farbe und das heißt, dieser Marker ist jetzt nicht mehr bearbeitbar, sodass wenn ich jetzt nochmal auf Track klicke, dann passiert hier gar nichts, weil dieser Marker kann jetzt nicht mehr neu getrackt werden. Man kann natürlich auch dieses Schloss wieder lösen und dann kann ich wieder den Marker bearbeiten, aber da alle diese Marker jetzt einen mehr oder weniger sauberen Track erzeugt haben, möchte ich diese Marker jetzt abschließen. Also ich wähle alles aus, A und drücke jetzt, damit ich das nicht bei jedem Einzelnen machen muss mit diesem Menü drücke ich jetzt einfach den Shortcut STRG L, CTRL LOG und damit sind jetzt alle diese Marker grau und können nicht mehr getrackt werden. Und das ist auch gut so, denn ich möchte jetzt noch ein paar neue Marker erzeugen und möchte diese Marker dann automatisch tracken können, ohne dass diese Marker jetzt nochmal neu getrackt werden. So, also neue Marker hinzufügen und zwar nicht manuell, sondern automatisch. Und es gibt jetzt hier diese Funktion Detect Features, also Features selber erkennen und wenn ich das tue, dann blende er sich jetzt dieses Bild an und sucht nach kontrastreichen Stellen, von denen er denkt, er könnte sie gut tracken. So, und ein paar von diesen Stellen, die haben wir auch selber schon ausgewählt, nämlich zum Beispiel den hier, da sehen Sie, da sitzt dieser Marker jetzt über unserem grauen, gelockten, selbst getrackten Marker. Auch hier diese Stuhllehne, die hat er auch erkannt und im Grunde ist es jetzt ja ganz praktisch, denn jetzt kann ich mit all diesen ausgewählten Markern jetzt hier auf Track klicken und die werden jetzt getrackt. Aber Sie können vielleicht schon sehen, dass ein paar von diesen Markierungen Probleme haben und hin und her wackeln oder ganz ausgehen. Und das liegt daran, dass Blender jetzt hier zwar relativ kontrastreiche Stellen gefunden hat, aber das heißt denn hier automatisch, dass diese Stellen dann auch gut getrackt werden können. Zum Beispiel im Falle von diesem Marker hier an dieser Kante, wenn wir uns den mal anschauen, da sehen Sie ja schon am Pfad, dass dieser Punkt hier hin und her wackelt wie verrückt und das ist also kein sauberer Track, denn dieser Marker verfolgt jetzt nicht eine bestimmte Stelle auf meinem Bild, sondern springt hier hin und her. Ist erstmal weiter vorne, dann mal weiter hinten und das ist also völlig unbenutzbar. Und das Problem bei dieser Stelle ist, dass es sich hierbei um eine Kante handelt und gerade Kanten sind immer sehr schwer zu tracken oder eigentlich unmöglich zu tracken. Denn wenn man sich mal anschaut, was Blender jetzt hier zur Berechnung zur Verfügung hat, dann ist das diese Form, also hier so rot, hier so gelb, aber diese Form ist eben hier genauso wie hier. Also im Grunde verändert sich das überhaupt nicht und deswegen hat Blender jetzt hier keine Chance, eine bestimmte Stelle zu tracken, sondern springt hier hin und her zwischen diesen verschiedenen Stellen. Etwas besser hätte es vielleicht sein können hier, denn hier haben wir nicht nur diese Kante, sondern auch diese andere Linie, diese hier. Also im Grunde haben wir hier ein Kreuz und dieses Kreuz, was hier entsteht, müsste sich auch theoretisch besser tracken lassen, aber ich habe hier so meine Zweifel, denn diese Linie ist auch relativ schwach. Also es kann sein, dass hier durch diese Unschärfe und durch die Bewegungsunschärfe hier so manchmal diese Linie nicht mehr so gut zu sehen ist und deswegen Blender den Track verliert. Also deswegen würde ich einfach diesen Track löschen, beziehungsweise diesen Marker und will mir jetzt noch die anderen Marker anschauen. Und da gibt es ein ganz nettes Hilfsmittel, nämlich hier unten diese Kurven und wenn ich dieses Kurvenfenster aufmache, dann kann ich mir alle Kurven von allen ausgewählten Markern anschauen. Und zwar sind das jetzt nicht die absoluten Bewegungen in X und Y, sondern das ist die Geschwindigkeit von dem Marker. Sodass wenn ich jetzt hier einen Marker habe, der auf einmal woanders hinspringt, dann ist es ein sehr schneller Geschwindigkeitszuwachs und dadurch entstehen dann hier zum Beispiel diese Spitzen. Und immer wenn Sie in dieser Kurvenansicht einen Marker haben, der aus den anderen Markern so heraussticht, dann können Sie davon ausgehen, dass dieser Marker direkt gelöscht werden kann. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, Sie können diese Kurven auch auswählen mit der rechten Maustaste. Dann ist das jetzt dieser Marker hier, also Blender springt automatisch in die Mitte zu diesem Marker hin, der hier ausgewählt ist. Also das ist dieser Marker und auch hier sehen wir diese Spitzen, also dieses Zickzack-Muster und dieser Marker, der versucht jetzt hier etwas Untrackbares zu tracken, nämlich nicht nur ist hier wenig Kontrast, auch hier haben wir eine Kante und Kanten können ja, wie wir wissen, im Grunde nicht getrackt werden. Und daher können wir diesen Marker direkt löschen und zwar nicht hier, wenn ich jetzt hier X drücke, dann wird alles gelöscht, denn die sind ja auch noch ausgewählt. Wenn ich jetzt aber hier oben in dieser Kurvenansicht X drücke, dann wird nur die Kurve beziehungsweise der Marker gelöscht, der hier auch ausgewählt ist. Also X löscht mir jetzt hier nur diesen fehlerhaften Marker. Und diese Kurvenansicht ist ein wunderbares Tool, um Marker zu finden, die etwas tun, was sie nicht tun sollten, nämlich auf einmal hin und her springen. So dass ich jetzt hier mit der rechten Maustaste alle diese Spitzen auswähle und direkt lösche. So alle anderen Marker scheinen in Ordnung zu sein, deswegen gehe ich jetzt aus dieser Kurvenansicht wieder raus, indem ich hier auf diesen Knopf drücke und schaue mir das nochmal an. Also Alt A und alles scheint gut zu sein, obwohl manche Marker immer noch etwas tun, was sie nicht tun sollten. Also wenn Sie sich zum Beispiel diesen hier anschauen, dann ist auch der jetzt hier dabei rumzurutschen. Denn auch der hier versucht eine Kante zu tracken und das Vertrakte bei diesem Tracker ist, dass dieser Tracker jetzt nicht auf einmal hin und her springt, sondern sich ganz sanft an dieser Kante entlang bewegt. Und obwohl diese Bewegung jetzt sehr sanft ist, ist das trotzdem fatal für unseren Track, denn die Position, die dieser Marker jetzt trackt, die ist ja nicht mehr die Ursprungsposition, sondern das ist im Laufe des Tracks, ändert sich die Position und ist hier jetzt auf einmal eine ganz andere. Also deswegen sind Kanten immer sehr gefährlich und da gerade dieses Detect Features Tool dafür anfällig ist, diese Kanten auszuwählen, empfehle ich also immer dieses Tool zu vermeiden. Und zwar nicht nur deswegen, weil es halt auch hin und wieder mal problematische Stellen markiert, sondern weil es halt auch viele Marker erzeugt und alle diese Marker jetzt zu überprüfen und zu schauen, ob die wirklich das machen, was sie sollen, das ist genauso mühsam wie von Anfang an selber sich seine Marker zu suchen und wirklich nur das zu tracken, von dem man auch sicher ist, dass es trackbar ist. Und trackbar sind eben immer Ecken, also besonders spitze Ecken, so wie die hier oder wie die hier oder hier. Also alle diese Punkte, die können sich wunderbar tracken lassen, doch sobald sie solche Kanten haben oder Stellen, die nicht ganz so definiert sind, die so ein bisschen unklar sind, wo ist jetzt was, das ist immer problematisch. Auch hier sehen Sie ein ganz typisches Problem, dieser Marker, der trackt erst wunderbar hier unten, nämlich diesen Punkt. Da ich jetzt aber die Einstellung Previous Frame aktiviert hatte, hat natürlich auch das Detect Features Werkzeug Marker erzeugt, die diese Einstellung verwenden und deswegen ist es jetzt hier so, dass sobald sich diese Kante hier ändert, denkt Blender, jawohl, das war im vorherigen Frame, das sah schon genauso aus und geht jetzt hier an dieser Kante entlang. Zwar nicht sehr weit, aber doch deutlich hier von diesem Punkt weg entlang dieser Kante. Das sieht mir auch gefährlich aus hier, also das könnte problematisch sein, ja, ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, das ist im Grunde, ist das die gleiche Position. Also hier muss man jetzt wirklich lange suchen, bis man wirklich alles überprüft hat, hier ist auch ein ganz typischer Fall, hier haben wir so eine Überschneidung von einer Diagonale hin zu einer anderen, die aber nicht fest sind, wie hier zum Beispiel, die sind ja hier ineinander festgesteckt, hier ergibt sich diese Kante einfach daraus, dass es hier dunkler ist als zwischen diesen beiden Hölzern. Und wenn Sie sich das mal anschauen, dann gleitet jetzt hier dieser Marker auch an dieser Linie und zwar entsprechend der perspektivischen Verschiebung. Und daher ist jetzt auch dieser Marker problematisch und den muss ich löschen. Also Sie merken schon, die richtige Auswahl von den richtigen Markern, das ist eine Wissenschaft für sich und ich bin immer der Meinung, es ist besser, das selber zu machen, als das von Blender automatisch errechnen zu lassen, weil es halt eben fehleranfällig ist. Und wenn Sie dann schließlich Ihre Szene fertig getrackt haben, dann können Sie anfangen, jetzt aus diesen fertig getrackten Markern eine Kameralösung zu errechnen. Und diese Berechnung, die müssen Sie Gott sei Dank nicht selber machen, das macht Blender für Sie. Und zwar gehen Sie dafür hier in das Solve Panel, also ich mache hier die mal zu, also Marker und Track brauchen wir jetzt mal nicht mehr. Aber hier im Solve Panel, da gibt es jetzt diesen Button Solve Camera Motion. Und wenn man hier draufdrückt, dann wird Blender anfangen, aus all diesen Markern jetzt zu errechnen, wie sich diese Kamera wohl bewegt haben mag. Also klicke ich jetzt mal auf diesen Button und Sie sehen, hier geht jetzt eine Berechnung los, aber im Moment dauert diese Berechnung noch ziemlich lange. Und allein die Tatsache, dass diese Berechnung jetzt so lange gedauert hat, die kann uns schon einen Hinweis darauf liefern, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber wenn wir uns jetzt mal hier diesen Fehlerwert anschauen, der hier entstanden ist, also Average Solve Error 32,5, also ein Durchschnittsfehlerwert von 32,5, der zeigt uns, dass hier wirklich irgendwas faul ist. Denn dieser Durchschnittsfehlerwert, der sollte idealerweise zwischen 0 und 1 liegen. Der kann auch mal bei 1, 1,5 liegen, aber alles, was drüber ist, ist im Grunde nicht benutzbar. Der ist also wirklich schlecht und dieser Fehlerwert, der sagt uns, dass die errechneten 3D-Punkte von diesen Features hier, von diesen Markern, die liegen im Durchschnitt 32 Pixel von dem tatsächlichen Marker entfernt. Also wir sind hier 32 Pixel daneben und das ist natürlich unbenutzbar und deswegen müssen wir noch was ändern. Und es gibt jetzt zwei ganz wichtige Sachen, die wir einstellen müssen. Das eine ist, wir müssen noch die Kameradaten eingeben. Denn bis jetzt weiß Blender ja noch nicht, mit welcher Kamera das hier gefilmt worden ist. Und das andere ist, wir müssen noch die Keyframes einstellen. So, aber jetzt, wir haben doch schon getrackt und wir haben überall Keyframes, also warum müssen wir jetzt noch Keyframes einstellen? Nun, diese Keyframes, die wir hier noch einstellen müssen, das sind andere Keyframes, als die wir normalerweise verwenden beim Tracken oder beim Animieren. Diese Keyframes, also diese Schlüsselbilder, das sind die beiden Bilder, von denen ausgehend Blender versucht, die 3D-Bewegung zu errechnen. Und es gibt hier in diesem Solve-Panel die Einstellung Keyframe A und Keyframe B und das sind eben diese beiden Keyframes. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie diese Szene bei Frame 1 aussieht und wie sie dann bei Frame 30 aussieht, und dafür gehe ich mal zu der Timeline, dann stellt man fest, hier hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ich gehe jetzt nochmal Fullscreen und bin jetzt noch bei Frame 30, drücke jetzt Shift-Pfeil links, und Sie sehen, hier hat sich gar nichts verändert. Und das liegt daran, dass in den ersten 30 Frames ich mich hier beim Filmen kaum bewegt habe. Und erst ab dem Frame 50, 60 fange ich an, jetzt hier mich um diesen Tisch rum zu bewegen. Und das liefert uns jetzt natürlich viel mehr perspektivische Informationen als diese Bilder zwischen Frame 1 und 30. Also hier passiert gar nichts. Und es ist für das Tracking, beziehungsweise für die Kamera-Solution, ganz wichtig, dass Blender hier genügend sogenannten Perspective-Shift, also perspektivische Verschiebung hat. Man spricht dabei auch von Parallaxe. Und diese Parallaxe oder auch Perspective-Shift, die haben wir hier eben am deutlichsten zwischen Frame 1 zum Beispiel und Frame 192. Vielleicht besser 120. Das können Sie auch selber ausprobieren, wenn Sie nochmal M drücken und jetzt hier sich anschauen, was jetzt hier zwischen Frame 1 und Frame 30 passiert. Also hier kann man jetzt überhaupt nicht sagen, was das für eine Szene ist. Also das sind einfach nur ein paar Punkte im Raum. Man könnte überhaupt nicht sagen, wie die sich jetzt hier perspektivisch zueinander verhalten. Und erst wenn man vergleicht zwischen Frame 9 und Frame 80 zum Beispiel, da kann man jetzt wirklich sehen, wie hier diese Punkte sich bewegen und was das jetzt hier für eine Veränderung ist und wie das jetzt perspektivisch wahrscheinlich aussieht. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man die Keyframes so setzt, dass Blender etwas Perspektivinformationen daraus ziehen kann. Also Frame 1 können wir mal so lassen, aber den Keyframe 2, den möchte ich jetzt mal zum Beispiel hier setzen, bei Frame 120. Also zwischen Frame 120 und Frame 1, da haben wir also eine ganz deutliche perspektivische Verschiebung. Also diese Punkte verändern sich jetzt im Raum und das kann dann der Ausgangspunkt sein, um den Rest der Camera Solution zu berechnen. Also jetzt setze ich das nochmal auf 120 und drücke auf Camera Motion und Sie sehen schon, dass hier die Berechnung viel schneller geht als vorher. Und jetzt haben wir hier einen Fehlerwert von 1,4 und das ist schon fast benutzbar. Doch bevor ich jetzt Ihnen zeige, was daraus entstanden ist, also die 3D-Kamera, möchte ich gerne noch diesen Fehlerwert minimieren. Denn was hier jetzt noch fehlt, das ist die Information darüber, mit welcher Kamera das Ganze gefilmt worden ist. Also wenn Blender nicht weiß, welche Kamera das war, dann ist es viel schwieriger, diese Camera Solution zu berechnen, als wenn man Blender direkt mitteilt, mit welcher Kamera das gefilmt worden ist. Und dabei ist es natürlich egal, welche Kameramarke das war. Das, was entscheidend ist, ist die Sensorgröße und die Brennweite. Denn das Verhältnis von Brennweite zu Sensorgröße, das ist ganz entscheidend dafür, wie sich hier diese Bewegungen von diesen Punkten zueinander zu einer Kamera Solution berechnen lassen. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier in den Properties zu der Camera Data und können hier jetzt einstellen, mit welcher Brennweite, also mit welcher Focal Length und mit welcher Sensorgröße hier gefilmt worden ist. Und damit man das nicht alle selber einstellen muss, gibt es ein paar Presets. Und die kann man hier auswählen. Also man kann hier zwischen verschiedenen Canons auswählen, also das sind alles so Spiegelreflexkameras. Und in unserem Fall weiß ich jetzt, dass das mit einer Canon 550D gefilmt worden ist. Deswegen wähle ich das jetzt mal aus und wenn ich hier draufklicke, dann verändert sich jetzt die Sensorgröße zu 22,3 Millimeter. Und das ist eben genau die Sensorbreite von dieser Kamera. Die Sensorgröße, die wir vorher hatten, nämlich diese 35 Millimeter, das ist die typische Sensorgröße von einer großen Filmkamera und diese Spiegelreflexkamera, die Canon 55D, die hat eben einen Sensor von 22,3 Millimeter. So, dann muss man jetzt noch die Focal Length einstellen, also die Brennweite. Und ich weiß jetzt zufällig, denn ich habe selber gefilmt, dass hier die Brennweite so um die 20 Millimeter war. Also stelle ich jetzt hier mal 20 Millimeter ein und versuche das Ganze jetzt nochmal neu zu berechnen. Und siehe da, wir sind weit unter 1, also das ist schon fast ein perfekter Fehlerwert, 0,66. Das ist also wirklich gut, aber man kann das Ganze immer noch weiter verbessern, und zwar indem man jetzt noch versucht, die schlechtesten Marker einfach zu löschen. Denn diese Marker, die sind ja nicht alle gleich gut, die haben ja unterschiedliche Fehlerwerte, deswegen ist das ja auch der Durchschnittswert, und zwar der Durchschnitt von jedem Fehlerwert von jedem einzelnen Marker. Und diese Fehlerwerte, die kann man sich auch anzeigen lassen, und zwar gehe ich jetzt mal hier hin und klappe das wieder ein und aktiviere hier Names and Status, also Name und Status, und hier wird jetzt jeweils der Name und der Fehlerwert für diesen Marker angezeigt, und zwar immer für die Auswahl. Also wenn ich jetzt A drücke, dann sehen wir, manche Marker sind hier weit über 1, andere sind bei 0,39, und manche sind sogar bei 0,1, und so könnte man also manche Marker hier löschen, und zwar basierend auf ihrem Fehlerwert. Und um das zu tun, möchte ich jetzt erstmal alle Marker wieder freischalten, also Alt L, damit auch die vorhin gelockten Marker jetzt wieder bearbeitbar sind, und drücke jetzt nochmal A, damit nichts mehr ausgewählt ist. Denn jetzt geht es ans Clean Up, also ans Aufräumen, und dafür gibt es hier ein Panel namens Clean Up, und jetzt klicke ich hier mal auf Clean Tracks. Und es ist nichts passiert, denn es ist auch logisch, wir hatten hier noch nichts eingestellt. Aber hier kommt jetzt wieder dieser Last Operator zum Tragen, also wenn wir hier unten mal schauen, jetzt können wir hier nachträglich auswählen, bei welchem Fehlerwert ein Marker ausgewählt wird. Also wenn ich jetzt den Reprojection Error, und das ist eben dieser Fehlerwert, einstelle auf zum Beispiel 2, dann könnte ich mir jetzt rausfiltern lassen, welcher Marker hat einen Fehlerwert von 2, und das ist bei keinem der Fall. Wunderbar, deswegen gehe ich jetzt mal langsam runter. Und hier haben wir schon den ersten Fehlerwert. Also dieser Marker scheint irgendwie problematisch zu sein, da können wir auch mal schauen, warum das so ist. Aha, und das ist natürlich katastrophal. Also dieser Marker hier, der gleitet an dieser Rundung entlang, so wie hier, und das ist natürlich ganz furchtbar, also das darf nicht passieren. Deswegen können wir den direkt löschen. So, jetzt gehen wir mal weiter, also Clean Tracks, und wieder Reprojection Error, 1,3. Aha, also war der doch fehlerhaft. Hatte ich doch recht vorhin. Also, lösche ich, dann nochmal Clean, man könnte auch hier natürlich von vornherein einstellen, zeige mir alles an, was größer ist als 1. Also, ab dem Fehlerwert 1 wird jetzt hier ausgewählt, also nochmal Clean Tracks, und da sind hier oben noch welche. So, und jetzt schauen wir uns erstmal an, ob die wirklich so fehlerhaft sind, wie sie aussehen, und zum Beispiel, dieser Marker sieht hier die ganze Zeit gut aus, aber dann am Ende auf einmal fängt er an, hier so rum zu gleiten, wie Sie sehen. Also hier haben wir wieder das typische Problem, der erreicht die Kante von diesem Frame und fängt dann an, hier zu gleiten, für ein paar Frames. Und diese paar Frames, die möchte ich jetzt löschen, also gehe ich jetzt mit meinem Abspielkopf hier hin und kann dann hier bei Track den Button betätigen, Clear After, also nach, Clear After, also alles, was nach diesem Frame kommt, soll gelöscht werden, klicke ich hier drauf, und damit wird das hier abgeschnitten. Und dadurch müsste jetzt dieser Marker auch einen viel kleineren Fehlerwert kriegen, weil diese fehlerhaften Frames eben gelöscht worden sind. Dann kann man auch noch auswählen nach der Länge, also wenn ich zum Beispiel Frames auswählen will, die kürzer sind als 10, gehe ich nochmal auf Clean Tracks und kann hier jetzt gucken, ah und hier sind so ein paar ganz kurze Marker, also der hier zum Beispiel, der trackt hier nur für ein paar Frames und zwar ohne, dass hier groß irgendwelche perspektivische Verschiebung ist, deswegen brauchen wir den nicht, kann ich auch löschen. Und das soll jetzt mal ausreichen, jetzt schauen wir mal, ob das irgendwas verbessert hat, also nochmal Solve Camera Motion Und siehe da, jetzt sind wir sogar schon unter 0,6. Aber wir können das noch besser berechnen, denn wie Sie sehen, oder wie Sie vielleicht sehen, ist es hier so etwas verzerrt. Da es ein Weitwinkelobjektiv war, haben wir hier so eine ganz leichte Linsenverzerrung, so eine Lensdistortion. Und diese Lensdistortion, da gibt es einen Wert, den kann man errechnen und den kann man dann hier bei der Camera Data eintragen, das ist nämlich dieser K1 Wert und diesen K1 Wert, den kann man, entweder man weiß den von vornherein, basierend auf seinem Objektivmodell oder man kann ihn auch vom Blender automatisch errechnen lassen. Und genau das ist das, was wir jetzt machen wollen. Zwar ist das hier in diesem Refine Menü, also Verfeinern und wenn Nothing eingestellt ist, dann passiert einfach nichts, aber jetzt klicke ich hier mal drauf und kann jetzt verschiedene Dinge berechnen lassen. Einmal die Brennweite oder auch Focal Length und den K1 Wert. Und das wähle ich jetzt mal hier aus und berechne das erneut. Also klicke ich nochmal auf Camera Motion und Sie sehen, wie sich jetzt hier diese Focal Length umgestellt hat auf 21,06, also scheinbar war diese 20 Millimeter doch nicht so korrekt, also in der jetzigen Konfiguration erscheint das Blender so, als wenn dieser Focal Length Wert von 21 wahrscheinlicher ist und ein besseres Ergebnis liefert als 20. Und auch hier in diesem Undistortion Menü haben wir jetzt einen K1 Wert von minus 0,09, also fast minus 0,1 und das ist eben diese Verzerrung. Und da wir jetzt diese beiden Werte errechnet haben, ist auch unser Durchschnittswert besser geworden. Also jetzt sind wir schon bei 0,49 und das ist wirklich gut. Also das kann man auf jeden Fall so lassen und nachdem wir jetzt hier diesen Undistortion Wert haben, können wir jetzt auch Blender ausrechnen lassen, wie dieses Bild aussehen würde, wenn es hier keine Linsenverzerrung gegeben hätte. Und zwar kann man das tun, indem man hier etwas runterscrollt, bei Proxy Timecode. Hier kann ich jetzt ein Häkchen setzen und dann kann ich noch ein weiteres Häkchen setzen, nämlich bei Render Undistorted. Also der Befehl wäre dann, zeige mir, wie das Bild aussehen würde, wenn wir keine Linsenverzerrung gehabt hätten. Also Render Undistorted und damit wird jetzt dieser Undistort Wert angewendet und damit werden jetzt diese Undistortion Werte verwendet, um das Bild zu entzerren. Schalte ich nochmal aus, also mit Linsenverzerrung, ohne. Also so sieht das Bild entzerrt aus und das ist natürlich ganz wichtig, damit später die 3D-Objekte hier auch drauf passen, denn der 3D-Raum, der ist ja nicht verzerrt. So, nachdem wir jetzt hier diese ziemlich gute Solution von 0,49 errechnet haben, können wir jetzt diese Solution auch auf unsere 3D-Kamera anwenden. Deswegen gehe ich jetzt mal aus dem Fullscreen-Mode wieder raus, also Back to Previous und teile mir den Viewport, denn ich möchte noch den Movie Clip Editor ein bisschen behalten, also teile ich das mal und mache jetzt hier einen 3D-Viewport. So, und wenn ich jetzt durch die Kamera schaue und Alt A drücke, dann passiert erstmal nichts, denn wir müssen erstmal die Solution an unsere 3D-Kamera dranbinden. Und das kann man tun, indem man einen Constraint verwendet. Also ich wähle jetzt erstmal die Kamera aus und um jetzt diese Kamera-Solution an diese Kamera dran zu binden, gehe ich jetzt eben hier zu diesem Constraint Panel, sage Add Constraint und wähle aus Camera Solver. Und auf einmal haben wir hier diese Kreuzchen und diese Kreuzchen, das sind eben die Repräsentationen von unseren Markern im 3D-Raum. Und wenn ich jetzt Alt A drücke, jetzt haben wir auf einmal auch eine Bewegung hier und diese Bewegung, die passiert jetzt so, dass diese Kreuzchen genau das machen, was die Marker hier auch tun. Nur, dass diese Kreuzchen jetzt tatsächlich im dreidimensionalen Raum liegen. Das sind ja nur 2D-Marker, die sich hier nach oben und unten bewegen. Doch diese Marker, die wir hier jetzt haben, das sind die 3D-Marker, also das ist quasi die Umrechnung von unserer Kamera-Solution in den dreidimensionalen Raum. So, und jetzt schaue ich nochmal durch die Kamera mit 0 und um jetzt zu sehen, was wir hier im Viewport auch sehen, nämlich unseren Film, kann ich jetzt hier ein Hintergrundbild vergeben. Also klappe ich mal das Properties-Panel auf mit N und kann jetzt hier bei Background-Images ein Häkchen machen, sage jetzt Add Images, kann jetzt auswählen, Movie Clip und dann den Kameraclip, also der, der hier gerade aktiv ist. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann sehen wir, wie jetzt hier diese Marker direkt auf unserer Footage drauf sitzen. So, und hiermit könnte man jetzt weiterarbeiten, aber vorher möchte ich noch gerade zeigen, wie man das Ganze auch etwas beschleunigen kann. Also, ich lösche erstmal wieder hier dieses Hintergrundbild und der erste Button, den ich Ihnen zeigen möchte, den finden Sie hier im Movie Clip Editor bei Tracking. Nämlich, wenn man hier ganz runter scrollt, dann gibt es hier in dem Panel Clip einen Button Set as Background. Und damit wird der Clip, den wir hier sehen, automatisch dem geöffneten Viewport als Kamerahintergrund zugewiesen. Und zwar nur der Kamera. Denn man kann das auch so einstellen, dass in allen Ansichten, also in allen Standardansichten, also zum Beispiel auch in der orthografischen Ansicht von vorne, von der Seite und von oben, immer dieses Hintergrundbild angezeigt wird, was in manchen Fällen fürs Modeling sehr praktisch sein kann. Aber jetzt in diesem Falle brauchen wir natürlich unser Kamerabild nur in der Kameraperspektive. Also kann man hier auswählen, statt Access All Views nur in der Kameraansicht. Und das wird eben automatisch eingestellt, wenn man das Ganze mit diesem Button Set as Background einstellt. Also jetzt haben wir hier unsere Szene mit unserer Kamera und dem Hintergrundbild. Und müssen jetzt noch die Nodes einstellen, damit das Ganze richtig composited wird und so weiter. Und auch deswegen gibt es hier eine kleine Beschleunigung. Ich lösche jetzt noch mal sowohl das Background Image als auch den Camera Solver. Und jetzt sind auch unsere Marker wieder weg. Und ich gehe jetzt hier noch mal in dieses Clip Panel und nehme den zweiten Button Setup Tracking Scene. Und wenn ich diesen Button betätige, dann geht alles automatisch. Wir haben sowohl den Camera Constraint automatisch an unsere Kamera gebunden. Die Kamera hat jetzt hier ein Hintergrundbild und wir haben sogar eine Hintergrundebene. Also diese Fläche, die war ja vorher noch nicht da. Und wenn wir jetzt hier mal draufklicken, dann sehen wir, dass diese Fläche auf der Ebene 2 ist. Und der Würfel ist auf Ebene 1. Also scheinbar ist es hier getrennt nach Vordergrund und Hintergrund. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt mal hier zu den Renderlayern schaue, dann haben wir jetzt eine Foreground, also eine Vordergrund und eine Hintergrundebene. Und das ist also alles schon fertig eingestellt. Wir müssen nur noch auf Rändern klicken. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, denn vorher müssen wir noch festlegen, wo sich diese Ebene befindet. Denn wenn ich mir das jetzt mal in der Quad View anschaue, also Umschalt-Lehrtaste, Steuerung Alt-Q für Quad View, dann sieht man, dass hier in der Seitenansicht unsere Markerpunkte für den Tisch, den sieht man hier sehr schön, wie der hier waagerecht liegt, die liegen viel weiter oben als die Fläche. Also die Fläche, die haben wir hier an dem Nullpunkt und die Kamera fliegt hier viel zu weit oben. Jetzt kann man natürlich manuell diese Kamera so ausrichten, dass es mit der 3D-Geometrie auch alles hinhaut. Aber auch hierfür gibt es einen speziellen Modus, eine Funktion im Blender. Und diese Funktion, die finden Sie in dem Reconstruction-Mode. Und dieser Reconstruction, also der Rekonstruktions-Modus, der ist ein Teil von dem Movie Clip Editor. Und deswegen stelle ich jetzt hier mal um von Tracking auf Reconstruction. Ich gehe jetzt auch noch mal kurz Fullscreen, damit wir das besser sehen. Also wir haben jetzt hier ganz andere Buttons, nämlich einmal Geometry, und das brauchen wir jetzt mal nicht, aber auch Orientation. Und genau das wollen wir tun. Also wir wollen hier unserer Szene eine Orientation, also eine Ausrichtung geben. Und wir können jetzt hier drei Sachen einstellen. Nämlich zum einen, wo ist unsere Floor, also unsere Bodenfläche, wo ist der Ursprung der Szene und wie ist diese Szene ausgerichtet, also nach X- oder Y-Achse. Und das probieren wir jetzt mal aus. Also ich gehe noch mal hier aus der Quad-View raus, STRG-Alt-Q, 0 für die Kameraansicht. Und hier wähle ich jetzt erst mal drei Punkte aus. Und mit diesen drei Punkten kann ich die Fußbodenfläche festlegen. Und in dem Fall möchte ich gerne die Fußbodenfläche als Tischoberfläche haben, denn hier auf dem Fußboden passiert ja fast nichts. Und was ich jetzt gleich machen möchte, ist, ich möchte hier was auf den Tisch drauflegen. Deswegen ist der Einfachheit halber jetzt mal die Tischfläche unsere Fußbodenfläche. So. Und jetzt brauche ich eben drei Marker, die auf dieser Fläche sind. Und dann nehmen wir doch einfach mal hier den hier, den hier und den hier. Die sind hier so schön nach den Ecken ausgerichtet. Und kann jetzt mit diesen drei ausgewählten Markern sagen Set Floor. Also setze mir die 3D-Szene so hin, dass diese drei Punkte bzw. deren 3D-Marker auf dem Boden sitzen. Also Set Floor. Und es ist was passiert. Wenn wir jetzt noch mal von der Seite schauen, dann ist jetzt die Kamera etwas nach unten verschoben worden, sodass jetzt diese Marker auf dem Boden sitzen bzw. halt auf der Tischoberfläche. So, jetzt schaue ich hier noch mal durch die Kamera 0 und Z für den Wireframe Mode, denn mir ist hier diese ganze Angelegenheit noch etwas zu schief. So, deswegen wähle ich jetzt diesen Marker aus und möchte diesen Marker zum Ursprung meiner Szene machen. Also quasi zum Zentrum vom Koordinatensystem. Deswegen wähle ich den jetzt aus und kann, während dieser Punkt ausgewählt ist, hier auf Set Origin gehen. Und damit wird dieser Punkt an den Ursprung gesetzt. Also auch das schaue ich mir noch mal von oben an. Also dieser Punkt sitzt jetzt hier genau am Ursprungspunkt. Also nochmal 0. Und jetzt möchte ich das Ganze noch ausrichten, sodass ich jetzt hier diesen Punkt auswähle. Und das haut schon fast hin, aber es könnte eben noch besser sein. Deswegen sage ich jetzt diesem Punkt, dass er im Verhältnis zu dem Ursprungspunkt auf der x-Achse sitzen soll. Also Set X-Axis. Und damit wurde das Ganze so gedreht, dass jetzt Ursprungspunkt und x-Achsenpunkt eben auf der x-Achse liegen. Und damit ist das jetzt hier so schön parallel ausgerichtet. Und als letztes kann man hier noch eine Größe definieren, sodass ich jetzt also noch festlegen kann, wie groß ist dieser Tisch im Verhältnis zu meiner Szene. Und diese Größe, die kann man festlegen, indem man zwei Punkte auswählt und die Distanz zwischen diesen beiden Punkten definiert. Und das bietet sich hier irgendwie an, dass wir da den Ursprung nehmen und diesen Punkt. Und ich weiß zwar nicht genau, wie groß dieser Tisch ist, aber sagen wir mal, der ist eineinhalb Meter breit. Also Distanz 1,5. Set Scale. Und damit wird das jetzt so skaliert, dass der Abstand zwischen diesen beiden Punkten 1,5 Blendeeinheiten bzw. 1,5 Meter beträgt. Und deswegen ist natürlich jetzt dieser 2 Meter große Würfel etwas zu groß. Deswegen nehme ich den jetzt mal und skaliere den auf 20 Zentimeter. Also S 0,1. Enter. 0 für die Kameraansicht. Und jetzt noch GZ 0,1, um den wirklich auch auf die Fußbodenfläche zu bewegen. Also nochmal zum Vergleich hier. Der sitzt jetzt hier wirklich auf dem Nullpunkt. Und wenn ich nochmal durch die Kamera schaue und das jetzt abspiele, dann sitzt jetzt dieser Würfel auf unserem Tisch. Bzw. wenn ich den hier rüber setze, dann sitzt also jetzt dieser Würfel auf dem Tisch. Und auf eine Sache will ich Sie noch hinweisen. Dieser Button Set Background Image oder bzw. Set Tracking Scene, der hat uns hier noch netterweise eine Sache eingerichtet, nämlich, dass hier bei Background Images nicht nur dieses Bild verwendet wird, sondern dass auch diese Checkbox an ist, Render Undistorted. Die kennen wir schon aus dem Movie Clip Editor von diesem Proxy Panel. Also hier kann man jetzt einstellen, ob das verzerrt wird oder nicht. Und selbst wenn hier bei Proxy Timecode hier das Häkchen bei Render Undistorted nicht eingestellt ist, aber hier das Häkchen ist, dann kann man im 3D Viewport mit diesem Häkchen jetzt auch einstellen, ob das Ganze verzerrt, also in Original dargestellt wird oder ob das jetzt von Blender automatisch entzerrt wird. Und Sie sehen, dass hier jetzt diese Punkte viel besser auf die Originalpunkte draufpassen, wenn dieses Häkchen aktiviert ist. Also diese Tracking-Punkte, die passen jetzt viel besser zu den Koordinaten hier von diesen Punkten. Also wenn ich das nochmal verändere, sehen Sie hier, das wäre jetzt also an der völlig falschen Stelle. Wenn ich das einschalte, dann haut das wieder hin. Wenn Sie statt dieses Würfels unseren kleinen Charakter in die Szene setzen wollen, dann nichts leichter als das, dann gehen Sie einfach hier zu File Link, gehen dann in den Ordner mit Ihrem Charakter, öffnen das entsprechende Blend-File, gehen in den Group-Ordner, wählen den Charakter aus und können dann hier auf Link from Library klicken. Und normalerweise würde der Charakter jetzt hier erscheinen. Wenn er das nicht tut, und das ist bei mir gerade der Fall, dann können Sie diesen Charakter auch immer nochmal manuell hinzufügen. Und zwar, sobald Sie eine Gruppe verlinkt haben, taucht die hier bei Umschalt A hier in diesem Group-Instance-Menü auf und können Sie also von hier aus auch diese Gruppe nochmal einfügen. Also der sitzt jetzt hier und jetzt drücke ich nochmal Alt G, damit der am Nullpunkt sitzt. Schaut durch die Kamera. Mit Z. Der ist etwas groß. Vielleicht könnte der hier so als kleines Männchen auf der Tischkante sitzen. Jetzt drehe ich den nochmal hier um 90 Grad und bewege den hier hin. Mache jetzt einen Proxy aus der Armatur. Also Steuerung Alt P. Make Proxy from Armature. Jetzt schaue ich mal von der Seite im orthografischen Modus beziehungsweise von vorne. Und gehe jetzt in den Pose-Mode. Also Pose-Mode. Und nehme mir jetzt den Körper und die Füße. Setze den jetzt hier runter, hier auf die Kante. Nehme jetzt die Füße. Winkle die an. Vielleicht jetzt nochmal den Körper auch. Also so. Jetzt sitzt er hier so auf der Y-Achse. Schauen wir nochmal, wie das in der Kameraperspektive aussieht. Jawohl. Also er sitzt jetzt hier. Aber natürlich, wenn wir das jetzt rendern, dann hätten wir ein Problem. Denn im Moment gehen ja die Beine durch die Tischplatte durch. Also das ist ja unsere Platte auf Ebene 2. Und diese Platte, die empfängt ja die Schatten und maskiert gleichzeitig die Vordergrund-Ebene aus. Also bei Layers sehen wir hier, Foreground-Layer. Die hat als Maskierungsebene Ebene 2. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier die Ebene so verschieben, dass die mit der Kante abschließt. Genau. So in etwa. Müsste schon reichen. Und jetzt muss ich noch sicherstellen, dass der Charakter auch auf Ebene 1 ist. Das ist er gerade nicht. Der ist auch auf Ebene 2. Deswegen drücke ich jetzt M1. Damit ist der Charakter jetzt auf Ebene 1. Und wenn wir das jetzt rendern, dann müsste eigentlich in unserer Szene dieser Charakter erscheinen. Und tatsächlich, jetzt sitzt unser Charakter hier auf dem Tisch. Also jetzt kann man ihm ja vielleicht noch die Arme anlegen. Also so. So könnte der hier sitzen. Jetzt kann man ihn natürlich auch animieren, aber das überlasse ich Ihnen. So. Aber wenn wir uns nochmal das Rendering anschauen, der glänzt hier viel zu sehr. Was natürlich daran liegt, dass ich in unserer Datei die Specularity von den Materialien noch nicht angepasst hatte. Also das heißt, ich könnte jetzt die Bibliotheksdatei mit unserem Charakter öffnen und die Specularity von den Materialien anpassen. Aber das ist mir jetzt zu aufwendig. Deswegen verwende ich jetzt hier einen kleinen Trick. Ich nehme die Lampe, gehe zu den Lampeneigenschaften und stelle hier bei Lamp Specular aus. Sodass jetzt diese Lampe gar keine Glanzlichter erzeugen kann. Und wenn man das jetzt rendert, dann ist es jetzt alles ein mattes Material ohne Glanzlichter. Und das sieht schon viel besser aus. So. Und das kann man jetzt hier so durchrendern. Und das mache ich jetzt auch mal. Gehe jetzt also nochmal zu meinen Rendereinstellungen. Und vielleicht kann man das ja mal etwas größer rendern. Das ist im Moment die Hälfte von 720p. Vielleicht nochmal hier, wenn Sie mal bei Render-Presets gucken, da gibt es verschiedene Voreinstellungen. Zum Beispiel HDTV, das wäre also Full HD 1080p. Also P sind Progressive Frames. Also das heißt ganze Bilder, keine interlaceden Bilder. Aber ich nehme jetzt mal HDTV 720p. Und das stellt mir das jetzt so ein, dass also hier jetzt diese Abmessungen verwendet werden und das Ganze bei 100% gerendert wird. Das Oversampling bzw. Antilizing steht hier bei 8. Aber damit die Qualität besser wird, stelle ich das mal auf 11 ein. Einfach nur zur Sicherheit. Und vielleicht hier kann man nochmal die Farbe etwas anpassen. Und zwar von dem gesamten Rendering. Also von 3D und Footage. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal einen neuen RGB Curves Node. Setze den hier rein. Mache das Ganze etwas größer. Und wenn Sie sich fragen, warum das jetzt gerade so komisch aussieht, das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier 100% verwende. Und das Scale Node skaliert jetzt hier meinen Movie Clip auf 100% von 720p. Aber das Rendering, was ich gerade gemacht hatte, das ist ja noch bei 50%. Deswegen haben wir jetzt hier diesen merkwürdigen Effekt. Macht aber nichts. Ich will dann nur ein wenig das Ganze heller machen. Vielleicht etwas mehr Kontrast. Also so zum Beispiel. Jetzt rendere ich das nochmal. Und damit haben wir jetzt hier unseren Charakter in der Szene sitzen. Beziehungsweise, wenn ich mir das mal genau anschaue, das sieht noch aus, als ob der hier so ein bisschen schwebt. Einfach dadurch, wie die Schatten hier verlaufen. Und jetzt schauen wir uns das mal an im 3D-Viewport. Aha. Und da war ich wohl nicht ganz akkurat. Also, ich wähle mir nochmal die Armatur aus. Und zwar den Körper und die Beine. Und setze das nochmal etwas weiter runter, damit er hier auch mit seinem Hintern wirklich auf dem Boden sitzt. Nämlich so. Naja, könnte sogar noch etwas mehr sein. Also so zum Beispiel. Und das ist jetzt sicherlich schon etwas besser. Und jawohl. Das gefällt mir schon viel besser. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie das Hintergrundbild vergrößern oder verkleinern wollen, dann können Sie das tun mit dem Shortcut V für verkleinern, beziehungsweise Alt-V für vergrößern. Und zur Not können Sie auch immer hier den Zoom-Wert verwenden. Damit kann man das auch einstellen. So, ich habe das Ganze aber schon mal vorgerendert. Und um Ihnen das zu zeigen, gehe ich hier mal in das Video-Editing-Layout. Drücke Umschalt A. Add Images. Gehe dann in den Ordner, wo ich reingerendert habe. Platziere das hier am Start-Frame. Gehe Fullscreen. Drücke 1. Und jetzt Alt-A. Und damit haben wir jetzt hier die Animation von unserem kleinen Charakter mit dem Würfel, der jetzt hier auf diesem Tisch sitzt. Also, Sie sehen, sobald Sie erstmal ein solides Kameratracking haben, ist es eigentlich ein leichtes, mit dem entsprechenden Compositing alles Mögliche in diese Szene reinzusetzen. Und an dieser Stelle möchte ich Sie schon mal darauf hinweisen, dass in der kommenden Version von Blender, also von 262, Sie nicht nur Kameratracking haben. Da wird es dann auch noch Object-Tracking geben. Also dann können Sie nicht nur die Bewegung einer Kamera errechnen, sondern Sie können dann auch die Bewegung von Objekten errechnen. Also wenn zum Beispiel Sie eine sich bewegende Kamera haben und da drin ein Objekt, was sich bewegt, dann können Sie zuerst die Kamera tracken und danach das Objekt, können beides mit einem Solver versehen und haben damit diese beiden sich bewegenden Objekte. Aber das ist, wie gesagt, in der jetzigen Version von Blender noch nicht drin. Und ich bin mir sicher, dass neben diesem Kamera- und Object-Tracking noch weitere Features hier hinzukommen werden, denn das nächste Open Movie beschäftigt sich ja vor allem mit Special Effects und deswegen wird hier also bestimmt noch viel dazukommen. Zum Beispiel neue Tracking-Algorithmen, Maskierungen, Rotoscoping und vieles mehr. Aber bis jetzt haben Sie mit der Version 261 einen soliden Kameratracker und schon damit kann man, wie Sie sehen, viele interessante Sachen machen.